Nier Uta Beach, 7 Uhr Ich habe ihn aus der Platoon, die wir in dieser Region haben. Die Krauts waren schön genug, die es für uns als ein Willkommen. Sure as shit ist, es wird nicht einfach finden sie hier. Unless, natürlich, sie... ...find uns. Ist das Red? Das Kraut ist all over. Ich glaube, ich habe einen Mortar-Team gesehen. Jesus, es ist toll zu sehen, ihr euch. Ich habe das morgens in einem Dich vollen Wasser. Aber ich habe einen. Ich habe ihn ausgeliefert, als er seinen Morgen Joe hat. Ich habe gesagt, es war großartig zu sehen, euch. Die landen sind für 06.30 Uhr, also kein Zeitpunkt zu verlieren. Baker, du gehst Hartsock und klickst die Hauptbahnhof. Ich versuche, ob jemanden ich hier finden kann. Ich treffen euch auf der Bühne und wir versuchen, sich mit dem 4. Infanterie zu verbinden. Good luck, Leute. So. Hier ist ein Schwertlilo. Ja. Okay. Red! Quick, get over there! Roger that! Jetzt kann ich natürlich sagen, wohin laufen soll. Stay low and go! Got it! Ja. Das heißt, ich kann hier gefühl den Tod schicken. Ach. Okay. Red! Let's stick together! Got it! Red! Let's stick together! Roger! Okay. Gut. Jetzt gehen wir mal. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Okay. Also niemals links klick machen. Okay. Merke ich mir. Okay. Merke ich mir. Links klick ist tot. Den ihn zum Flanken benutzen ist cool, aber das war's auch schon. Flanken und drauf schießen. Oh. Ne, so. Steck. Ein bisschen Feuer. Lange. Jetzt müssen die nachladen, ne? Gehen wir weiter. Headshot bringt nicht viel. Auf Kopf ziehen. Okay. Wichtige Tasten Set und Rechtsklick. Set up there! Feuer auf diese Position! Ich brauche ihn dort! Ah! War jetzt ganz gut gehittet, ne? Hehehe. Follow me! Roger! I need heavy fire on those mortars! Covering fire! Assault! Sergeant, get down! Attacke! Okay. Können wir die Merse kaputt machen? Ne, ne? Roger that! Hehehe. I don't see anymore. Der ist cool. Target that area! Hurry up! Get over there! Komm her, so real, bro! Machen wir ein bisschen Party, okay? Target them! Here we go! We go! We go! We go! Let's go! No one-stop's firing! Now! We go! We go! We go! We go! We go! Get over there! No one-stop's firing! Let's go! We go! Die kommt von der anderen Seite. Komm mal kaputt, danke. Diese Steuerung ist echt ein bisschen gewinnsbedürftig. Ich kenne mich eher selbst damit, glaube ich. Okay, die sind auch wieder da. Nee. Andere. Ist jetzt unser Squad gewachsen? Ich glaube schon, ne? Gut, machen wir. Der Ongel, MG. Crazy. Jetzt können wir Ratatata machen. Achtung, Kacke. Add one to my alley. Das ist ja Katastrofe mit den MG. Ach, du Kacke, Mann. Die schlachten uns ab. Nein. Oh, hier vorne direkt schon. Ja, zeig dich, Bro. Wer ist die nicht zeigen? Wir werden alle sterben. Ja, muss ich jetzt warten, bis es abgelaufen ist, oder? Okay, und zurück. Ach, ich muss mit mir reden. Wo kommen die beiden jetzt her? Aus welchen Sumpf denn? Oh, holy. Ja? Baker. Glad du bist okay. Looks like the 4th IT hat alles unter Kontrolle. As soon as they start moving their equipment ashore, we'll get resupplied and move out. Ich muss mit HQ sprechen, um zu wissen, wo die resten unserer Mannschaft sind. Geh ein bisschen, wenn du kannst. Wir haben einen langen Tag vor uns. Mhm. Ich verstehe die großen Hörer der Heroin. Die Gehrege der heutigen Zeiten. Das ist aus einem Schiff, den mein Vater mir als Kind leidt. Das ist ein Laufabonnations-Unteil. Das ist mir, dass etwas so schönes ist. Das könnte ein Teil davon sein, dass etwas so schuldig sein. Das ist die D-Day-Vorbereitung, ne? Das ist das Laufabonnations-Unteil. Vielen Dank.